Musik Guten Morgen, Herr Immer! Ich wünsche dir, ruhig, ruhig zu haben. Jetzt den Scheiß-Dragant. Musik 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 Hardcore Try-Not-To-Headbang-Challenge 2021 Edition und es geht mal wieder los mit fröhlicher Werbung personalisiert vermutlich Hustensirup, kann man nie genug haben. Grüße gehen raus an Krusty den Clown und jetzt Flaming Mo und so geht los. Wir sind die Welt. Wir sind die Welt. Fight it! Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 An-A-G-A-S! Untertitelung des ZDF, 2020 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 A tear in the fabric of life We have each other and that's all we'll ever need I am Color of a river Shaking ass with blood Underneath my You're holding me Fuck Come back to me There's no turning back Still my soul It is better Yeah Sometimes Sometimes It is better Death rule Then my world collapsed Piece by piece by piece Like slowly falling And I'll see you pass through the fucking Fight for your life And applause, applause, applause I have passed I have passed You cannot pass Doch, ish schon Es war tatsächlich Der Name Programm Da war Viel Hardcore Wobei Hardcore Also mein Verständnis von Hardcore Ist da immer noch ein bisschen Oldschooliger M.O.D. Method of Destruction Also schön Grobig Auf die Fresse Agro Ähm Ja Ja Ne Das ist alles Ziemlich Dieses neue Core Zeug Da Habe ich Irgendwie Nicht so Den Zug Zu Lorna Shore Finde ich Ziemlich Geil Whitechapel Finde ich Auch gar Nicht so Schlecht Ich bin da nicht Total Anti Aber ich bin auch Nicht pro Breakdowns Sind schön Aber auch nicht Alles Liebe Freunde Ja Und Ich bin ja Meshugga Approved Und Ne Da holt mich Dieses Zeug Einfach nicht Wirklich ab So Also Nicht mit dem Fuß Gewippt Nicht mit den Händen Getrommelt Und auch Nicht Mit dem Kopf Auf dem Tisch Aufgeschlagen Aber ein bisschen Durst Macht Irgendwie Ja Also Ich werde mal Weiter suchen Ob ich vielleicht Noch eine Finde Die vielleicht Ein bisschen Mehr Mein Geschmack Trifft Und meine Genres Bedient Bis dahin Muss das hier Erstmal genügen Viel Spaß Damit Und Auf Wiedersehen Und Danke fürs Zusehen Falls ihr Überhaupt Naja Ne So Und Spannend Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.